Bam 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 und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Edna bricht aus, wir sind wieder hier. So, im WC haben wir ja alles gemacht. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch dieser Raum hier zu erkunden und Pocky. Ich mag dieses Knarzen der Bodendielen, die Finn in seinen Soundtrack eingebaut hat. Und sowieso die Gitarrenmusik zu diesen eher ruhigen Screens, die keine andere Aufgabe haben, außer halt neue Türen zu öffnen, sodass der Spieler möglichst schnell verfordert ist mit den ganzen Möglichkeiten, wo er zuerst halt irgendwie ansetzen kann, um eine Lösung für sein augenblickliches Problem, was es auch immer ist, unterstreicht irgendwie, glaube ich, ganz gut die Stimmung, die ich insgesamt in dem Spiel haben wollte. Aber hier gibt es ja doch zwei Hotspots, eine Pflanze und ein Fenster. Sie haben nichts mit dem Spiel zu tun. Sie sind einfach nur da. Einfach nur da. Das Fenster können wir... Oh, das können wir ja ansehen. Schau mal an, Fenster! Ah, die Freiheit. Genieße diesen Ausblick, Edna, genieße ihn. Nein, das würde ein schlechtes Licht auf mich werfen. Weil Licht durchs Fenster kommt... Oh, je! Was macht die Familie? Ist Frau Fenster wohl auf? Danke der Nachfrage. Aber Frau Fenster und ich haben uns zerstritten. Warum? Fragen Sie mich nicht. Ihr Verhalten ist für mich vollkommen undurchsichtig. Es ist verschlossen. Wäre auch zu schön gewesen. Na dann, geh mir jetzt durch die Tür durch. Was haben wir denn hier? Huch! Bogi, was ist denn das hier? Die Kaffeemaschine sieht übrigens genauso aus wie meine Kaffeemaschine zu Hause. Ich habe irrsinnig viel Kaffee getrunken und ich glaube, wenn man sich hier gerade die Linien an den Fenstern anguckt, dann sieht man das auch. Ja, gerade bei diesem Raum. Ich hatte tatsächlich, ich verrate es jetzt einfach mal, ich hatte pro Raum tatsächlich einen Dritteltag, um den fertig zu bekommen. Ich habe so ziemlich alle Screens von Edna bricht aus innerhalb von weniger als anderthalb Monaten gezeichnet. Ich hatte einfach nicht mehr Zeit. Ja, der Zeitdruck und der Kaffee äußert sich ziemlich genau in der Linienführung. Hier rechts im Bild zu sehen. Kaffeemaschine zentral im Bild, Linienführung rechts im Bild. Guckt es euch an. Edna bricht aus. Mein Name ist Bogi. Vielen Dank. Ja Bogi, da bist du nicht der Einzige. Auch ich habe einen extrem hohen Kaffee-Verschleiß. So, was haben wir denn hier? Ein Darkprint mit dem Dr. Marcel. In der Mitte klebt ein Foto von Dr. Marcel. Gleich ausprobieren, los, Dartsfeier her, ja. Das ist an der Wand befestigt. Macht nichts. Ohne Darts ist es ohnehin nutzlos. Da steht jetzt das Foto mit, das können wir vielleicht gebrauchen. Bullseye. Selber. Und? Die Darts fehlen. Oh, okay. So, hier ein Kaugummiautomaten. Kaugummi. Guck mal, Harvey. Hey, Kaugummis. Ja, so ein typischer mal Straßenautomat. Was macht der Eich hier drinnen? Jippie. Da kommt ja wirklich was raus. Bleh. Alt und ungenießbar. Hast du ein Kaugummi für mich? Ich wäre ein schlechter Kaugummiautomaten, wenn ich keines hätte. Da, da allerdings recht. Jippie. Da kommt ja... Okay, das können wir, kennen wir, kennen wir, kennen wir, kennen wir. Spuck gegen das Fenster und... Kaffee, 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 göttlicher Trank. Ohne dich wäre ich stets krank. Oh ja, ich habe nämlich heute noch gar keinen. Das ist für mich... Das merkt man auch an mir. Ich höre vielleicht elektromanische Anwandlungen. Aber jemandem die Kaffeemaschine zu stehlen, das wäre Barbarei. Da hat sie recht. Kaffee. Schwarz. Computer? Mist, die Replikatoren sind wieder im Eimer. Benutzen. Keine Filter. Und was noch wichtiger ist, kein Kaffee. Kein Kaffee. Nein. Und schon wieder diese ekelhafte Seife. Lipschie, Waldmeister, zwei Phasen, Powergel. Alles klar. Nebensche. Hm, glipschig. Und Power. Es gibt direktere Wege, um ihr zu sagen, dass ich nur Dreck laber. Hm, glipschig. Hm, glipschig. Hau mal denn hier, Schranktür. Marmelade. Huch. Ihr geht luftgetrockneter Rhabarberkompott. Okay. Irgendwie macht sie das aber nicht. Ansehen. Ansehen. Mach's ja nicht. Okay. Schokobröckchen. Hergestellt aus Industrieschaum und Zucker. Hier steht, es gibt eine Überraschung im Inneren der Packung. Jippie. Überraschung. Das geht auch nicht. Vitamino. Mit dem besten aus drei ausgewählten Kaninchenstellen. Kaninchenstellen. Nein, danke. Das ist mir zu gesund. Ja, sehe ich aber auch so. Lieber so einen schönen Schokoriegel. Hallo, Müsli. Hallo. Ein ganzes Alphabet von Vitaminen und doch so wenig zu sagen. Nein, danke. Das ist mir zu gesund. Na dann. Schrank zu. Klappe tot. Affe tot. Müsli. Schokobröckchen. Hergestellt aus Industrieschaum. Hier steht, es gibt eine Überraschung im Inneren der Packung. Na dann. Äh. Hey. Da war eine Überraschung drin. Es ist ein waschechter Polizeiausweis mit verschluckbaren Kleinteilen. Cool. Ich wette nur die besonders taffen Cops bekommen verschluckbare Kleinteile. Ja, nicht schlecht. Polizeimarke. Hm. Lecker. Und dazu noch dieses famose Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. Äh. Eigentlich wollte ich ja... Ich tue den Fußnakel mal hier in die Packung. Da verdirre ich ihn nicht. Das ist eklig. Okay, äh... Mein Poloschläger ist keine Cornflakes. Eigentlich isst er kaum etwas. Vielleicht ist er krank? Ja, da ist tatsächlich ein Rätselspiel auf der Rückseite. Aber meinetwegen kann Bobo Bär ruhig im Labyrinth versauern. Und? Captain Unbrauchbar isst Cornflakes nur mit warmer Milch und Zucker. Mit Zucker habe ich meine Cornflakes noch nie gegessen früher. Captain Unbrauchbar hat keine Polizeimarke. Er arbeitet auf 400 Euro Basis für Greenpeace. Ach du Scheiße. Jetzt ist es vorbei. Ne. Geht die Sonne auf oder unter? Ich habe in der Zelle mein Zeitgefühl verloren. Äh, sie geht seitwärts. Die Welt hat sich gedreht. Dort wo wir hingehen, brauchen wir keine Fenster. Nur Türen. Spracherkennung gibt es erst in der nächsten Windows-Version. Ähm, also Windows 9 dann. Ah, okay, verstehe. Nehmen. Jippie, dack. Ja, können wir ja alles, können wir ja alles. Alt und ungenießbar. Und flupp. Ja, jetzt haben wir irgendjemanden ins Fenster gespuckt und dann Kaffeemaschine Wasserhahn, Wasserhahn, Wasserhahn. Den haben wir noch nicht benutzt. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Wasserhähne etwas Fallisches haben? Ätna! Jetzt wo mir das aufgefallen ist, werde ich wohl verdürsten müssen. Kein Kommentar. Der ist fest. Fäden? Hey, ihr Kreaturen des nassen Elements! Jemand zu Hause? Neptun? Klabautermann? Käpt'n Igloo? Benutzen! Ne, Quatsch. Benutzen Wasserhahn. Okay, aber sonst war es ja alles anscheinend. Ja, wir können eventuell nochmal hier ein bisschen was kombinieren. So, da. Ich glaube, ich habe die Triple 20, die Triple 12 Bullseye. Wow, ich habe über tausend Punkte. Äh, alles klar. Okay. Nein, das ist zu wenig brutal für diesen Sport. Alles klar, okay. Brutalität. Brutalität. Nein, das ist zu wenig... Dann halt nicht. Was hältst du da von, Harvey? Das sieht aus, als würde es Spaß machen. Das macht auch Spaß. Das habe ich nämlich, äh, vor zwei Tagen erst gemacht. Ne, gestern. Ne, vor zwei Tagen. Und es hat verdammt viel Spaß gemacht, ja. Und dann gehen wir erstmal hier raus. Lassen diesen Raum hinter uns. Und begeben uns zum nächsten... Wir sind nach unten. Begeben uns zum nächsten... Raum. Hoch. Hoch. Juppi Juppsen wird übrigens von, äh, Klaas Paletta gesprochen. Einem nicht ausgebildeten Sprecher. Also ich glaube, einem der wenigen, äh, wirklichen Laiendarsteller in Ätna bricht aus. Er macht die Rolle hervorragend, wie ich finde. Äh, jetzt macht er bei uns die PR und New Business. Äh, ja, seine Stimme passt exzellent zu unserem Juppi. Ich habe übrigens von diesem Raum noch eine zweite Illustration, die nirgendwo aufgetaucht ist. Ich glaube, die liegt im Ätna Ordner. Und zwar war ursprünglich mal geplant, dass es noch eine, äh, dritte, äh, Reise in die Vergangenheit in Ätna bricht ausgibt, bevor man zum Showdown kommt. Und, in der sie als kleines Kind schon von ihrem Vater im Irrenhaus in Dr. Marcells Irrenanstalt vorgestellt wird, als schwererziehbares Kind. Und Ätna fühlt sich unwohl und wandert herum. Und da gibt es für diesen Screen noch eine zweite Version, aus einer ganz anderen Perspektive, die sehr bedrohlich wirkt, wo halt die Irren als dunkle Gestalten vor dem Gitter lauern. Ganz hässlich geworden, der Screen. Ich glaube, das ist ein Grund, warum ich es nachher weggelassen habe. Sehr hässlich geworden. Sehr hässlich. Hm, wäre aber vielleicht eine ganz coole Idee gewesen. Was haben wir denn hier alles? Schloss, Trepp auf, Trepp ab. Geil, Trepp auf. Trepp ab. Und Juppie. Ansehen, Juppie. Er telefoniert. Naja, da ist das Kabel, so ein kleines Kabelproblem da. Nein, das könnte er missverstehen. Reden. Hallo? Hallo? Hm, er reagiert nicht. Und benutzen. Nein, das könnte er missverstehen. Benutze etwa mit Juppie. Hm, hm, könnte er missverstehen. Hä, hä, hä. Wurschtig. Ich hasse diese Dinger. Okay, das sind dieselben Dialoge wie beim letzten Schloss auch. Gehen wir mal runter. Was gibt es denn jetzt hier noch so zu tun? Huch, ein heller, freundlicher Raum. Es gibt eine Reaktion in Edna bricht aus, die kann man einfach nicht verstehen, obwohl sie eigentlich auf das Spiel selbst referenziert. Und zwar, wenn man sich das Bild anguckt, sagt Edna, ich sehe ein kleines Kind im Bauch eines Walfisches oder irgendwie sowas in der Richtung. Das erkennt sich in dieser modernen Kunst. Und die Lösung zu diesem Satz, also die Auflösung, warum sie das darin erkennt, sieht man in der Vergangenheit. Und zwar ist dies ebenfalls eine Szene, die in der verloren gegangenen dritten oder vierten Tempo-Morph-Szene verschütt gegangen ist. Und zwar wurde sie von ihrem Vater bereits als Kind hier in die Anstalt geschleppt, muss dann halt hier warten und macht sich natürlich wieder selbst auf den Weg, weil sie halt eben auch als Kind schon so aufmüfig war. Aber am Anfang sollte sie dann dort in dieser Sitzgruppe sitzen und mit den Beinen baumeln und hinter ihr, also der ganze Raum war ähnlich wie die anderen Tempo-Morph-Szenen im Gegensatz zur Realität, halt aus kindlicher Perspektive enorm verzerrt. Und hinter ihr hing halt ein großes Bild von einem Walfisch, der halt mit groß aufgerissenem Mund irgendwie sie zu verschlingen drohte, wie sie halt irgendwie in dieser Sitzgruppe sitzt. Kein Wunder, dass sie da aufstehen wollte. Weil sie sich gerade nicht nur in der Szene, wie ein Kind im Bau eines Walfischs oder das bedroht wird, von einem Walf gefressen zu werden fühlte, sondern halt auch eigentlich inhaltlich, weil sie diese Therapie, die ihr Vater für sie vorgesehen hat, abgelehnt. Tja, interessant. Das ist schön, dass ihr die Hintergrundinformationen nochmal mit reingepackt habt, weil das könnte man sich eventuell nix dazu denken, wie er schon sagte. So, gehen wir mal zu... Nein, Ansehen zu Sitzgruppen. Diese Stühle verursachen Wirbelsäulenschäden. Und weil sie sich so schlecht verkaufen, werden sie in Arztpraxen und öffentlichen Einrichtungen aufgestellt. Und dann haben die Leute gleich wieder Probleme und können wieder zum Arzt gehen. Ach, wie toll. In lila hätte ich sie mitgenommen, aber so? Näh. Reden. Sitzt es sich da bequem? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Benutzen. Das ist weder der Ort noch die Zeit, um eine Pause einzulegen. Naja, der Ort vielleicht schon, aber das kommt drauf an. Ich erkenne darin ein kleines Mädchen im Bauch eines Walfisches. Warum wohl? Das Motiv gefällt mir nicht. Es erinnert mich irgendwie an ein kleines Mädchen im Bauch eines Walfisches. Reden. Harre aus, kleines Mädchen auf dem Bild. Schon bald wirst du da rauskommen. Und dann wirst du sie zertrampeln. Alle wirst du zertrampeln. Sie sollen deine Wut zu spüren bekommen. Alles klar, Altma. Ich erkenne darin ein kleines... Ja, okay. Äh, hier geht's... Gehe zu Gang. Pflanze. Pflanze an meinen. Hey. Wenn ich mein Gebiet markieren will, dann mache ich das anders. Darf ich fragen, wie? Ich hinterlasse einen bleibenden Eindruck durch meinen Charisma. Ja. Ich müsste auch langsam mal... Äh, Pinnwandstür... Gehen wir mal zur Pinnwand, wenn wir mit der Pflanze nichts machen können. Heute ist Wünsch-dir-was-Tag in der Kantine. Nehmen. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Kann man bestimmt zusammenklappen. Verbale Notizen bleiben daran nicht haften. Ich will nichts veröffentlichen. Doch, vielleicht... Ich bin da, die Edna. Äh, gehe zu Gang. Lass mal diesen Geheimgang hier hinten rein. Mal gucken, was das ist. Ich möchte das Augenmerk auf die Fußmatte richten. Dann... Vielen Dank.